Es folgt jetzt der Höhepunkt des Abends. Ich danke dir, lieber Ludwig, dass du mich rezipieren lässt. Und ich um Applaus für Paulin Stauginger. Die Künstlerin wird Ihnen eine ihrer literarischen Kostbarkeiten zu Gehör bringen. Am Frühjahr begleitet von uns sind allseits Bekannte und Beliebte, Dr. Reisflosch. Nun nur noch zwei Worte. Ich bin eine Dirklein. Wen interessiert es? Erster war ein Blunderbreich. Das ist eine Gedächtnis. Ich war ein Jungding, war ahnungslos. Ich fand nur auf der Freiburgbahn, da herrschte ein Kurschen, Arsch, der Ramm. Pestchen! Ich hab mich froh ins Ausdorf getrückt. Was hat mir bei Schreien? Was ist das? Ich hab mich geknickt. Ich hab schon gedacht, geknickt. Ich hab mich froh. Eine Dirklein. Das haben wir schon nicht geknickt. Ich hab blöd mit. Ein zweiter, ein junger Fand. Herr Dr. Krautfleisch. Hier gibt es noch Fleisch. Ein Sprudel geht zu der Karte, lang charmant. Er führte mich ins Seppuree. Das war für mich aus Kanabee. Ich hab ihn gebissen. Ich hab ihn gestopfen. Was hat mir mein Sträuben? Er hat mich gebrochen. Er hat mich gebrochen. Ich bin eine Dirne. Mir scheint dies nicht nutzt. Mein Träger, mein Bier, vielleicht kennt sie nicht mehr. Das kann man auch nicht fern an mir. Das ist ein neueres Tag. Es geschah ein Verlös. Osten. Sie kamen mich holen. Ja, ich weiß nicht mehr. Der Messer hat mich holen. Ich war. Sie schleckten mich um. Wann hört sie hinaus? Wohin? Was weiß ich? Das weh jo ins Freude aus. Uff! Applaus Dann eines Abends kam ein Mann, den hat meine Schönheit angetaniert. Er hat nichts meiner Frau gemacht, und hat das Leben hier wieder gelacht. Er führte mich ab auf sein Fürstenschloss und schenkte mir Bären und ihnen Prost. Trotz güldem Geschweide und seiner Strümpfe es zog mich in die Sümpfe. Schau du die Strümpfe! Und wer das nicht weiß, denn schreie ich ins Ohr! Ich weiß es! Ich bin all dir klar!